Guten Morgen, heute haben wir den 10. April, wir gehen jetzt zum Rechtsamt. Beim Herrn Jansen werden wir das endgültige Bürgerbegehren einreichen. Der Schwemm, Prof. Dr. Justin, mein Name ist Dirk Uleg. Ich lese mal kurz. Das in Grammatik, das sollten Sie korrigieren, auf Singular. Wird gemacht. Ja, ich denke, das ist so in Ordnung. Herzlichen Dank, Herr Jansen, für Ihre Mühe, uns auch zu unterstützen und den Stimmzettel, den wir heute am 10.04. der Stadt Duisburg übergeben. Mit dem Bürgerbegehren auf Rückruf oder Aufhebung des Ratsbeschlusses, wenn ich das mal so formulieren darf. Kriegen wir da noch ein Stempelchen drauf? Den kann ich Ihnen noch drauf machen. Wir können das auch. Aber dass wir uns dann vielleicht hier drauf bestehen. Feierliche Art. Unterbleiben, unterbleibt. Ja, damit haben wir das bestätigt. Vielen Dank, Herr Jansen. Danke, Herr Jansen. Danke. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020